Konnichiwa Minasan! Ich habe letztens mal ein Video über die sogenannten Wiaboos gemacht. Wiaboos sind Leute, die sagen, die eigene Kultur ist nicht so gut, Japan ist viel besser. Wir lieben Japan über alles, obwohl sie gar nicht so viel von Japan wissen, meistens die Sprache nicht können und sich auch nicht wirklich mit den Menschen vor Ort beschäftigt haben. Da hat mich dann jemand unter den Kommentaren, zwei, drei Leute haben gefragt, gibt es das eigentlich auch andersrum? Gibt es Japaner, die zum Beispiel den Westen total lieben oder speziell auf Deutschland auch bezogen, die sagen, oh, wir lieben Deutschland über alles, Deutschland ist viel besser als Japan, gibt es solche Japaner auch? Und da wollte ich heute ein bisschen mit euch darüber reden, aus meinen Erfahrungen. Ist natürlich schwierig, das Ganze wissenschaftlich irgendwie aufzuarbeiten, weil da gibt es jetzt nicht wirklich so großartige Forschung zu und keine schönen Grafiken oder so. Deswegen ein bisschen aus meiner Erfahrung. Ich war während meines Auslandsjahres hier in Japan, war ich Assistenzlehrer im Deutschkurs. An diesem Kurs haben Studenten teilgenommen, die zum einen Deutsch als Hauptfach studieren, aber auch welche, die es irgendwie im Nebenfach haben oder als dritte FEMS-Sprache. Also der Teil an Menschen oder an Studierenden, die es als Hauptfach hatten, war relativ gering und es waren mehr Leute da, die es irgendwie als Nebenfach hatten. Und die Leute, die es als Nebenfach hatten, die mussten halt irgendwas nehmen und haben gedacht, ach ja, nehmen wir mal Deutsch, warum eigentlich nicht? Die waren da also so ein bisschen lockerer und hatten auch gar nicht so viele Ideen von Deutschland und wussten gar nicht, was da so genau abgeht. Und die Leute, die es als Hauptfach hatten, da gab es dann schon mehr, die sich auch ein bisschen mehr mit Deutschland schon vielleicht befasst hatten und eine etwas konkretere Vorstellung davon hatten und vor allem auch mal nach Deutschland reisen wollten, um Deutschland irgendwie ein bisschen zu entdecken. Man muss aber ganz allgemein sagen, dass es in Japan relativ wenig Leute gibt, die Deutsch studieren. Es gibt viel, viel weniger Japaner, die Deutsch studieren und sich für Deutschland auch interessieren als Land, als andersrum es Deutsche gibt, die sich für Japan interessieren, weil Japan hat natürlich viel zu bieten mit Populärkultur, Anime und Manga und so. Das ist ja ziemlich populär auch in Deutschland. Und Japan, für Japaner aus Deutschland gibt es ja jetzt nicht so viel, außer den Fußball. Ja, es gibt sehr, sehr viele Japaner, die wegen Fußball zum Beispiel nach Deutschland gehen und sagen, wir lieben den deutschen Fußball, wir wollen in Deutschland mit den deutschen Fußballfans Bier trinken oder so gibt es auch einige. Ja, also Fußball ist durchaus ein großer Grund, warum Deutschland attraktiv für junge Japaner vor allem ist, also männliche Japaner, die sportlich sind, die Fußball spielen, deren Traum es dann auch ist, in der Bundesliga zu spielen. Aber ansonsten gibt es halt für die Japaner jetzt nicht so viel, was Deutschland irgendwie interessant macht, würde ich sagen, oder weshalb die sagen, oh ja, deswegen muss ich unbedingt nach Deutschland. Aber es gibt auch da, mir sind in diesem Deutschkurs zwei Leute begegnet, zwei Studenten, die absolut Deutschland geliebt haben und mir gesagt haben, warum bist du eigentlich hier? Ja, Deutschland ist doch viel besser als Japan. Und haben dann gesagt, ja, uns gefällt Japan nicht so, wir wollen in Deutschland leben und deswegen lernen wir auch die deutsche Sprache. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, ich habe da natürlich gefragt, warum denn jetzt genau Deutschland, was interessiert euch an Deutschland und was gefällt euch und wart ihr schon mal da? Die Antwort war, nö, da waren wir noch nicht, keine Ahnung, aber wir finden die Geschichte so toll. Und wir finden vor allem, und das war, also ein Mädchen war es und ein Junge, und der Junge, der fand Uniformen total gut und zwar aus der NS-Zeit, warum auch immer. Er hat gesagt, ja, die sahen total cool aus und mich interessiert das deutsche Militär und die deutsche Geschichte. Und das Mädchen war auch relativ geschichtsinteressiert und hat auch gesagt, ja, ich finde die deutsche Geschichte so toll und alles irgendwie. Dann habe ich gesagt, na, okay, warum nicht? Aber das hat sie wohl so sehr interessiert und die haben gesagt, ja, Japan, das finden wir auch nicht so gut und die Deutschen haben ja auch viel mehr Freizeit. Das habe ich von anderen Japanern dann zum Beispiel auch gehört. Auch einer, der in Düsseldorf gearbeitet hat, der hat mir immer gesagt, ja, Deutschland ist so toll. Ich möchte am liebsten in Deutschland leben. Und ich habe ihn gefragt, warum möchtest du in Deutschland leben? Und er meinte auch, ja, hier muss ich viel weniger arbeiten. In Japan muss ich immer so viele Überstunden machen. Hier muss ich viel weniger arbeiten. Ich kann mein Bier jeden Tag trinken, denn auch viele Japaner mögen Bier und trinken das sehr gerne. Und dann habe ich mit ihm mal so ein bisschen mehr gesprochen. Das war nämlich ein Tannenpartner von mir. Und habe ihn dann so ein bisschen gefragt, ja, und wie siehst du das und wie siehst du das? Und dann sind wir so irgendwann darauf gekommen, dass er gesagt hat, ja, okay, es gibt auch negative Aspekte, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, das war auch sehr interessant. Es gibt auch Japaner, die es dann eben, die sehen nur die guten Seiten von Deutschland, so wie es viele Deutsche natürlich gibt, die die positiven Seiten von Japan nur sehen. Und solange man natürlich in Deutschland in der japanischen Firma arbeitet, alles auf Japanisch irgendwie erledigen kann, Deutsch gar nicht so viel braucht, weil er konnte jetzt auch nicht so gut Deutsch, ne, Deutsch braucht man dann nicht. Man kann alles auf Japanisch machen. Es gibt einen japanischen Supermarkt und man kann alle Vorzüge der japanischen Kultur in Düsseldorf auch irgendwie leben. Muss aber weniger arbeiten und kann jeden Tag ein bisschen Bier trinken, am Wochenende irgendwo schön joggen gehen oder so, weil man halt so viel Freizeit hat. Dann ist das natürlich ein sehr angenehmes und schönes Leben, aber wenn man sich mit allen Dingen auseinandersetzen muss, wenn man dann richtig in Deutschland lebt und nicht in einer japanischen Firma zum Beispiel arbeitet, dann sieht das natürlich schon wieder ein bisschen anders aus. Andersrum in Japan natürlich genauso. Zurück aber nochmal zu den beiden Studenten, die ich da im Kurs hatte. Die wollten auch immer irgendwas mit mir reden und ich so, ja, da habe ich jetzt auch nicht so wirklich Ahnung von und so und waren da wirklich sehr vernarbt. Die sind dann auch irgendwann mit der Universität für zwei, drei Wochen oder einen Monat war es, glaube ich, nach Deutschland dann mal gegangen. Wie es denen dort gefallen hat, weiß ich leider nicht, weil da war ich schon wieder in Deutschland dann. Ich habe das nur über Social-Netzwerke gesehen, dass die eben in Deutschland waren oder diese Gruppe. Und ja, aber die waren wirklich sehr vernaht und die haben Japan auch immer ein bisschen schlecht gemacht. Und das ist mir generell auch aufgefallen, bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen Tandem-Partnern, die ich zum Beispiel auch hatte, die dann gesagt haben, nee, Japan finde ich ganz blöd, Deutschland finde ich viel, viel besser und es gefällt mir auch in Deutschland viel besser, hier lebe ich viel lieber. Also das andere, das Gegenteil zum Weyaboo gibt es also durchaus in Japan auch, würde ich sagen. Und aus der Sicht von vielen Deutschen, die sich vielleicht für Japan interessieren, würde man dann denken, ja, aber warum wollen die Japaner nach Deutschland? Also ich finde es in Deutschland jetzt nicht so toll, ich möchte eher nach Japan, warum wollen die hier hin? Das versteht man dann vielleicht nicht immer ganz so genau. Aber ich denke, es ist einfach die Sichtweise, ne? Die Japaner, die das dann sagen, die haben die ganze Zeit in Japan gelebt, die sind vielleicht auch ein bisschen offener von der Art her, wurden in Japan die ganze Zeit versucht, in eine Form zu drücken, weil Japan eben, ne, da musst du konform gehen mit allem und das etwas freiere Deutschland im Vergleich zu Japan, das gefällt denen dann natürlich ganz gut, weil sie sagen, oh ja, hier kann ich mich ja viel besser ausleben und einige Deutsche sagen dann, oh ja, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel Chaos hier alles, Japan finde ich da viel organisierter und alles, das ist vielleicht auch besser. Es gibt aber auch Japaner, die leben eine Zeit lang in Deutschland und wollen dann wieder zurück nach Japan, weil sie sagen, ne, Deutschland gefällt mir doch nicht so gut, wie ich einst mal gedacht habe, die gibt es natürlich auch und da kenne ich auch sehr, sehr viele von, vor allem viele, die auch 20, 30 Jahre in Deutschland jetzt schon leben, Familie in Deutschland dann auch aufgebaut haben, die gesagt haben, jo, eigentlich wollten wir irgendwann nach Japan zurück, aber es hat sich dann nicht ergeben und so sind wir nie irgendwie wieder zurück nach Japan gekommen, aber eigentlich würde ich schon gerne mal wieder zurück nach Japan, weil Deutschland mir mittlerweile nicht mehr so gut gefällt. Die gibt es natürlich auch, aber es gibt auch die Japaner, die leben schon 40 Jahre in Deutschland, finden es immer noch geil, finden es immer noch toll und möchten nie mehr nach Japan zurück, die habe ich auch schon getroffen. Also es gibt da wirklich alles und ich denke, es ist auch immer vom Typ abhängig, man sollte sich halt nur immer bewusst machen, dass Deutschland nicht das Paradies ist und Japan auch nicht das Paradies, sondern beide Länder haben Vor- und Nachteile und je nachdem, was man für ein Charakter ist, was man für ein Mensch ist, was man vom Leben erwartet, ist eben das ein oder das andere Land vielleicht besser für einen, weil die Bedingungen und die Grundstruktur eines Landes, die Rahmenbedingungen anders sind in Deutschland und Japan und da sagt dem einen das eine mehr zu und dem anderen das andere vielleicht. Aber um die Frage zu beantworten nochmal abschließend, ja, es gibt durchaus Japaner, die Deutschland sehr lieben, die sehr überzeugt von Japan sind, die aber noch nie in Deutschland waren oder nur mal für eine kurze Reise, die auch gar nicht richtig deutsch können und sich überhaupt gar nicht richtig mit dem System auseinandergesetzt haben. Das muss man leider auch ganz ehrlich dazu sagen. Also es ist halt wirklich wie die Deutschen, die nach Japan gehen und dann sagen, jo, Japan fand ich erst total geil im Urlaub, jetzt möchte ich da hinziehen, dann ziehen sie da hin und kommen enttäuscht zurück. Auch das gibt es zuhauf natürlich andersrum mit Japanern, die nach Deutschland ziehen und dann enttäuscht nach Japan zurückkommen. Aber das gibt es andersrum genauso. Da sind die Japaner auch nicht vorgeschützt. Und was mir persönlich aufgefallen ist in den Kontakten, die ich hatte, da möchte ich auch gerne mal eure Meinung erfragen. Es gibt ja von euch auch viele, die mit Japanern Kontakt haben. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Leute, die Japaner, die sehr vernarrt in Deutschland sind, dass die entweder wegen der Geschichte, dass die die Geschichte Deutschlands mögen, sich irgendwie für Militär oder so interessieren. Aber vor allem, dass sie Deutschland cool finden, weil sie glauben, dass in Deutschland man viel mehr Freizeit hat als in Japan und das alles viel, viel lockerer läuft als in Japan, die Leute viel entspannter sind als in Japan und vor allem diese Gruppenkonformität nicht so stark ist wie in Japan. Und deswegen finden die meisten Leute oder Japaner Deutschland dann cool und wollen auch in Deutschland leben, weil sie sagen, ah, das ist ja alles viel einfacher. Was natürlich viele vielleicht da nicht wissen, auch in Deutschland gibt es harte Jobs, auch in Deutschland muss man manchmal vielleicht Überstunden machen oder ja, es hat nicht die beste Firma erwischt. Das gibt es natürlich auch in Deutschland und nicht immer alle Japaner können dann natürlich Deutsch perfekt, um auch in Deutschland perfekt zurecht zu kommen, sondern viele Japaner, die ich in Deutschland, in Düsseldorf zumindest kennengelernt habe, die haben dann auch in japanischen Unternehmen oder in Restaurants mit Japan-Bezug gearbeitet. Das heißt, auch für die ist es natürlich nicht ganz so einfach, obwohl es natürlich auch andere Beispiele gibt von Japanern, die perfekt Deutsch können und dann in einem deutschen Unternehmen arbeiten. Ob Deutschland jetzt besser ist als Japan oder Japan besser als Deutschland, das überlasse ich euch. Ich persönlich würde sagen, beide Länder haben ihre Vor- und Nachteile. Für mich persönlich habe ich entschieden, dass ich erstmal in Japan leben möchte, weil die Rahmenbedingungen mir besser gefallen und für das, was ich machen möchte, so wie ich mir mein Leben vorstelle, das hier für mich momentan meiner Meinung nach besser funktioniert. Aber das kann natürlich jeder anders sehen. Vielleicht für euch ist Deutschland besser oder vielleicht für den einen oder anderen Japaner ist Deutschland besser. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich mache einen Platz frei in Deutschland. Er macht einen Platz frei oder sie macht einen Platz frei und dann tauschen wir eben. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie ihr das seht. Welches Land passt zu euch besser, würdet ihr sagen? Denkt ihr, ihr könnt in Deutschland besser eure Zukunft gestalten oder in Japan? Was ist da so eure Meinung? Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Das soll es auch gewesen sein vom heutigen Video. Ich wollte euch ein bisschen von meinen Japan-Kontakten einfach mal so ein bisschen erzählen, dass es eben auch viele Japaner gibt, die sich für Deutsch interessieren oder für Deutschland, die in Deutschland leben wollen und die eben auch darauf hinarbeiten. Es gibt auch total viele, das seht Mayu auch immer über Instagram, sie folgt da vielen so internationalen Paaren, auch Deutsche und Japaner. Und da gibt es auch viele Japanerinnen zum Beispiel, die mit Deutschen dann verheiratet sind, die nach Deutschland ziehen und so. Das gibt es auch. Da gibt es auch eine Menge. Die können dann natürlich auch nicht immer perfekt Deutsch in der Regel, sondern lernen das dann erst, wenn sie in Deutschland sind. Und das gibt auch wieder Probleme. Und da sieht man dann auch immer auf Instagram und so, dass viele von Problemen natürlich schildern, was normal ist, denke ich mal, weil man natürlich sich in dem Land dann auch nicht so gut auskennt und sich erstmal reinfinden muss. Aber ja, schreibt mir gerne von euren Erfahrungen in die Kommentare. Schaut auch nochmal gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es nämlich noch eine Menge Links, unter anderem einen Link, über den ihr meine Arbeit hier durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Außerdem könnt ihr Kanalmitglied werden. Es gibt eine Menge an Online-Kursen. Hiragana, Katakana, Kanji. Schaut auch da gerne mal vorbei. Und ansonsten gibt es immer einen Amazon-Effiliate-Link. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!